Hallö ihr Nachbarn, willkommen zurück bei Let's Play Together Castle Crashers, heute wieder mit der Nudel. Hallo. Ja, und wir schlachten weiter Unholde ab. Gehen wir zum Doktor, da können wir noch nicht hin, da müssen wir ja hier, was war das? Ehm, Kompass, den Kompass haben wir schon. Den haben wir schon, geil. Wir brauchen noch ein Fernrohr und ein Steuerrad. Das Steuerrad bekommen wir beim Trafen. Genau, beim Endgegner, von der ersten Insel sozusagen. Oh, der Waldeingang, der ist schön. Die Mucke ist auch geil. Ja, Alter, ich kann zwei schießen, was ist das? Haben mehr. Geil. Die machen Magie, ne? Ja. Oh, ich reise was. Uh, das kann auch fressen. Ja, das kann Omnom nennen. Ba-ba-bau-bau-bau-bau-bau-bau. Wie die immer stillen, ne? Ja. Ja. Die freuen sich, uns zu sehen. Ja, renn einfach durch, Alter. Oh. Oh, hab ich Felder geschnappt. Nein! Ja, ich hab gestunt. Alter, das hält voll lang. Geil. Nur macht ein 12er Damage, die Feuerkugel. Ich kann den großen Stunnen. Geil. Ich hab wieder das Fee. Ja, cool. Sehr gut. Und auf die Däts. Nein, oh, hilf, oh, er hat mich, er hat mich. Ah, nein, jetzt hat er mich mit da runtergehauen. Oh, doch, läuft. Ja, guck ab. Wupp, wupp. Yum, 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 yum. Für den Apfel. Oh, dann hätt ich die mal besser gegeben. Ja, ich nimm das Geld. Dann nimm du da oben. Boah. Alter, Level 4. Geil. Geil. Alter, wie gut das ist. Hier gibt's jetzt auch ein Tier dahinten. Jo, da brauchen wir, ne, da haben wir, da haben wir, glaube ich, schon. Ja, haben wir schon. Oh, und ich laufe voll in den Pfeil rein, ey. Und schon wieder. Das sieht so gut aus mit dem Pfeil, ey. Ist auch leicht okay, ey. Was, zieht das so eins ab? Ja, ja. Das macht nicht viel. Aber der hat... Der hat... Der hat... Der hat's einen Knockback. Halt mal. Komm mal hier mit deinem Spaten hin. Da oben. Wo der... Wo ich stehe. Ah, ja, geil. Ui, ui. Oh, ne Waffe. Äh... Boah, ein Glatt. Ah, das kann man im Stift noch nicht nehmen. Ja, ja. Aber wie gut, ein Glatt. Ja, ich meine, dein Stöckchen ist ja auch schon immer, ne? Da ist so ein Blatt bestimmt der Hammer. Nein, das weiß ich nicht. Oh, guck mal hier. Pingpong. Jawohl, geil. Banana. Oh, nein. Ah, ja. Und da scheißt du sich ab, ey. Ey, das ist immer wieder lustig, ey. Ja, das regelt die Wände. Hier, Banana. Banana! Ich hab überhaupt nichts getroffen. Wurde aber von beiden erwischt, ey. Ey, hier lebt ja noch einer. Oh, nein. Ja, ich treff ihn nicht. Und ich tue einfach mal schön den Garten umgraben. Wurde du Bogen schießen, oder? Ja. Ich war so weit weg. Ich bin doch so langsam mit der Waffe hier. Ich will nämlich trollen hier. Das ist mir noch die beste Attacke, ey. Oh, das gibt am meisten XP. Ja, du machst halt Damage, aber ziehst denen nichts abgleich sein. Genau. Achso, ja, Freunde hier, ne. Also man bekommt XP durchs Draughauen. Je mehr Schläge, desto mehr XP. So, jetzt. Und weg ist es, ey. Ah, das kackt wie. Das sorgt nur dafür, dass man schneller in Wasser ist. Was bis jetzt, soweit wie wir gekommen sind, im ganzen Spiel, in einem einzigen Level von Nutzen war. Oder wäre. Boah, ich hab mich hier in den Boden gehauen. Warte, das ist das, guck mal, ich kann sprinten und dann, wiii. Wie sprintest du? Einfach länger in eine Richtung laufen. Wiii. Falken. Ja, fuck es ab, Alter. Geil. Ich finde es lustig, ey. Geil, da ist er weg. Ah, hier gab es doch das Stückchen, ne? Also ich treffe es einfach nicht. Ja. Blumen-Power. Oh. Und der Scheiß, der sich in die wuchst. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Drecksvieh, ey. Nein, scheiße. Ich habe irgendwie auch bei Diablo 3 so behindert, ey. Weil ich hier dann immer hinterher gerannt bin und dann verreckt, weil ich einfach zu scheiße bin. Aber du hast es glaube ich eher gebraucht. Ja. Ah, gibt es noch mehr hier. Guck, wie sie rennen, wie sie rennen. Was machen die? Das sind bestimmt Dornen an dem Gestrup. Oh, fuck, nein, ich trottel. Ja, einfach springen. Das stimmt, ja. Bisschen XP-Farben hier. Die haben übrigens auch Stöcke. Das ist mit dem Schraub. Das ist aber noch gar nicht aufgefallen. Wir testen. Thank you. Thank you very much. Hüpp. Und hüpp. Au. Ah. Oh nein. Scheiße, voll rein. Krass. Ach, ich spiel die ganze Zeit selbst mit Feuer, Depperl. Ja, geil. Das hat gesessen, Mann ey. Ich hab gleich schon wieder ein Level. Hahaha. Ja, da ist es. Ah, du kannst nicht. Dabei hast du das XP viel, ne? Ja, keine Ahnung. Ja, komm, ich mach' ein bisschen langsamer hier. Hahaha. Vielleicht bin ich auch einfach schlecht und daran liegt es einfach nicht an irgendwelchen Magien. Hahaha. Wenn ich... Ich verfolge mich da viele, rett mich immer hinterher. Es Spiel ja in der grandstand. Es war der große. Ja, ja. Ich Uma Manger được in transcriptionierte.* Wir haben alle gezählt und zu hoch Ah guck der kommt immer zu mir Hallo Martin, wie kommst du hier rein? Passwort geschützt Ja, anscheinlich Ach Nude, da holt der sich den Rotter oder was? Ja Ich bin live Ah und dann geht er down Jawoll So jetzt kommt übrigens das beste Level Oh ja, oh ja, oh ja Ich gehe direkt weiter Da ist es, da ist es wieder Das will ich, das will ich Ja Boah Ja Ja Das ist das scheiße D Boah Nein Nicht verkacken, nicht verkacken Ja Mein Glubschauge hilft aber auch grad gar nicht irgendwie Das irritiert irgendwie mehr Boah 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 Hüpp Und Hüpp Boah Boah Das war knapp Boah 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 To bamm hupf ja wir haben es geschafft geil wow macht nichts jetzt kommt aber mindestens genauso gescheuertes Level oder scheiße wie es abtaucht ich komme nicht auf den kack steigen und da nehmen das treibgut oder den haie hätte ich auch nicht näht ihr nicht nur die anderen scheiße komisch im kopf ausgucken ach die sind auch so kacke ich wollte auch wechseln ich wollte nicht wechseln ich musste wechseln ich wollte da ist ein häschen da oben auch ist ja süß nein 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 mein haie ja hier ist äh treibgut ja ich sehe es doch joo ey ey vor allen Dingen was sind denn das für Viecher sind das Fische, sind das Frösche Kugelfische und dabei hast du überhaupt nicht das Tier treibgut hier äh Apfel oh nein 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 äh ne ich schrieb grad grad an schwimmst du grad auf den Gegner ach ja das ist so ein zypfelguru hier ja oh ist noch einer ist noch einer ohhhh scheiße oh nein habe ich einmal 3 gut gehabt ich bin gleich weg ist aber scheiße ich konnte nicht wieder ja ist da unten da schnell schnell ach richtig jetzt kommt das kanonenboden die katze genau Kann man blocken? Kann man blocken? Oh nein, macht der zweimal, dreimal, oh scheiße. Oh 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 oh. Haha. Na, hast du mir zu spät geblockt, ey. Ruf, 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 er ist betäubt. Jetzt weg, 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 weg. Flacken. 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 Haha, scheiße. Nein, voll nebendran. Flacken. Ja, verfolgt mich. Ja, verfolgt mich. Ja, doch Flacken. Ich kann noch nicht flacken, was was? Ah, das ist die Wache. Schnell zum Hei, nein, nein. Ja, endlich. Geil. Ey, wir haben hier noch nichts abgezogen. Noch gar nichts. Ja, drum. Und KWMs. Bam, 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 bam. Oh, da wollte ich wieder zu viel. Da wollte ich zu viel. Der schießt aber auch nichts mit der Kanone, ne? Ja, nur so ab und zu mal. Oh, weg, 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 weg. Oh. Nochmal? Nee. Oh. Bam, 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 bam. Jetzt schießt er. Ab. Ja, und ruf. Nee, und verteidigen. Bam, bam. Oh, die Katze ist so hässlich, Alter. Konnte man das blocken? Ja. Ja, geil. Ja, geil. Bam, 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 bam. Ach, wenn das nicht so langwierig wäre, ey. Ja, aber gleich geht's schneller, da tauchst du doch unter und schwimmt gegen das Schiff. Ja, ja, richtig, genau, genau, genau. Ich bin jetzt übrigens bei 21 Minuten. Das passt ziemlich gut. Wir haben grad voll Dauerfeuer hier. Oh, Block. Bam. Klatsch. 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 Oh ja, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt musst du halt auch nur wirklich dagegen donnern, ne? Hm? Oh. Ja. Nein. Ja, genau, ey. Scheiße. Der ist noch ein, hier ist ein Krokodil. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Ja, der ist doch kacke. Oh nein, nicht getroffen. Oh scheiße. Nein, ich hab hier nicht getroffen. Oh fuck. Nein, jetzt hab ich treibend schon wieder nicht erwischt. Ich bin auch kaputt hier. Ohohohoho, das war knapp. Oh, trock drauf, schnell! Jetzt hier nehmen wir wieder nichts ab hier. Bam 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 Bam... Ja! Nein! Nein! Oh Scheiße! Da wär's halt nicht schlecht gewesen wie ein Lied, der nicht so... Ja! Ich bin down! Ich bin down! Naja, oder? Musst du alleine machen! Musst du alleine machen jetzt! Hohohohoho! Kanone wird geladen! Wir haben fast, wir haben fast! Ich sehe nicht, dass da überhaupt was abgezogen wird! Das ist ganz editiert! Ich hab extra drauf geachtet! Das ist so wenig! Das sind bestimmt noch 3-4 Runden, ey! Und jetzt, jetzt besteht die halbe Folge hier aus dem... aus dem Katzen-U-Boot! Und... Bäm-bäm-bäm-bäm! Oh, da jetzt hab ich mal was gesehen! Jaaaa! Und blocken! Und... Baw! Wenn du gut bist, machst du ihn jetzt platt, wenn nicht dann noch ein Ründchen. Ich bin gut. Ich sehe es schon kommen, jetzt wird kackstet ey. Das wird die ganze Rotze nochmal machen. Ja und rum. Warte, 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 warte. Noch ein, noch ein, noch ein. Nein. Scheiße. Ach man. Ja, aber jetzt traut er sich selbst K.O. glaube ich. Kannst du das auch was abziehen? Ja, ja abziehen. Na guck. Der Spaßkopf. Nein, das ist noch nicht. Ja, ja. Ist doch lächerlich, das ist nicht. Jetzt aber, jetzt kommt. Jaaaa. Schön. Ach Mensch. Das ist doch unnormal. 93 So, alles in Magie Guck mal hier, oh, Alter, ich hab das schon über die Hälfte voll Neuer Zauber, geil So, und dann bänden wir noch den Part Wir sind schon deutlich drüber Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei Bis dahin, macht's gut, Nachbarn Tschüss